Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Amnesia The Dark Descent, wo ich mich tatsächlich gerade in einer neuen Aufnahmesession befinde, meine lieben Freunde. Und ich weiß aber noch, weil das ist noch gar nicht so lange her, wo ich das letzte Mal gespielt hatte, da weiß ich noch tatsächlich, wir hatten ja diesen größeren Raum hier, also vielmehr gesagt die Halle hier, da waren ja die ganzen Nebenräume hier und Zwischenräume und Lagerräume und hast du nicht gesehen, die haben wir soweit eigentlich alle abgeschlossen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt waren wir hier zuletzt gewesen in diesem kleinen Saal, sag ich mal, hier hinten ist der Fahrstuhl und ich sagte noch, ich weiß es noch, ganz genau, ob wir uns aber vorher diesen Maschinenraum ansehen wollen und ich hab nochmal kurz vorher jetzt reingeguckt hier im Inventar und ich hab hier nämlich schon gesehen, wir haben ja sogar den Schlüssel für den Maschinenraum, das heißt, es sollte eigentlich gar kein Problem sein, hier reinzukommen und genau das werden wir jetzt tun, Leute. Genau, hm, ne, doch genau, das seht ihr, jetzt ist nämlich aufgeschlossen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ok, ja, genau so wie immer, wir springen erst vorher ne Runde vor der Tür, dann wollen wir doch mal schauen, wie's hier weitergeht. Er atmet es schwer und versuchte sie. Ach, du großer Gott. Okay. Meine lieben Freunde, jetzt sind wir hier tatsächlich in dem Maschinenraum. Und ich hab mal schon... Haben wir eigentlich noch Lampenöl? Wir haben gar nichts mehr. Ja, doch Zunder haben wir noch hier, die Zunderbüchsen. Sechs Stück haben wir davon, okay. Ich hoffe natürlich, dass wir hier wieder auch ein bisschen Lampenöl finden, eventuell. Und ich hab mal schon nachgeschaut bei diesen Trophäen, die man ja hier auch bekommen kann. Da gibt es tatsächlich eine Trophäe. Da hab ich echt nicht schlecht gestaunt. Und da gibt es tatsächlich eine Trophäe dafür, wenn man diese ganzen Zunderbüchsen findet. Ich hoffe natürlich jetzt, dass ich noch keine verpasst habe, aber... Da glaube ich... Da glaube ich... Da glaube ich doch eher weniger dran. Da die tatsächlich alle schon gefunden habe. Das bezweifle ich ganz stark. 5th July 1839. Today, I went to the University looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book, along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the Globus Cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed, since I had asked for his expertise. I know, it's silly, but I can't help myself feeling responsible somehow. Hier war, äh, die Sonne der Kraft, wurde wohl damals zugenannt. Hier haben wir auf jeden Fall wieder, nein, Mensch, ich drücke euch den Falschknopf. Äh, hallo, die Zunderbüchse hier bitte. Ja, danke. Einmal bitte wieder aufstehen. Oh, uns geht jetzt schon, mach mal an hier, genau. Der Daniel, der zittert ja hier schon wieder am ganzen Körper. Und was ist das denn jetzt hier, bitteschön? Hier sind lauter Hebel. Mit römischen Ziffern. Warum ist hier vorne... Eins, fünf, sechs, fünf... Was war... Höh! Ich hab gar nichts gemacht! Ich hab gar nichts gemacht! Runter! Mach den... Nein! Bleib noch gerade stehen, bitte. Hier, mit dich. Bitte, mit dich. Hallo? Geht das nicht? So, halt, halt! So lassen einfach, komm. Einfach so lassen. Oh, ich glaub, wir müssen hier erstmal wieder raus, Leute. Daniel geht gar nicht gut. Das merkt man dann schon immer, wenn das Bild so ein bisschen verschwimmt, sag ich mal. Und, äh, dieses... Knistergeräusch dann auch so langsam kommt. Dann... ...wissen wir... ...direkt auch Bescheid, dass ihm das nicht so... ...dass ihm nicht so ganz mulmig ist. Und, äh, mir ist... ...ehrlich gesagt auch nicht gerade sehr mulmig hier. Das ist, äh, ja. Das geht hier auch tatsächlich noch weiter runter. Und jetzt, äh, was ich ja auch sagte, hier von wegen, dass man hier so eine Trophäe bekommt für diese Zunderbüchsen, wenn man die alle gefunden hat. Jetzt, äh, sehe ich mich hier natürlich noch extremer rum. Verzeiht mir, wenn das ein bisschen für euch vielleicht ein bisschen nervig ist, aber... ...die Trophäe hier, die möchte ich natürlich ganz gerne haben, aber... ...ja, wie gesagt, ich glaube sowieso... ...ehr weniger dran, dass wir das überhaupt packen. Und hier haben wir wieder eine weitere Notikzeit. Das ist wahrscheinlich Zettel 2 von 3, oder? 14th of July, 1839. Ich habe alle Buche, die ich finde, auf dem Thema. Während der Lied und Herrschweig ist, meine Wissen ist lack für den Insight, ich brauche. Ich habe viele, in Herbert's Addressbuch, und habe viele Antworten bekommen, von verschiedenen Importen. Heute, ich habe eine, die viel von den anderen differenziert wurde. Von einem Baron in Prussia. Er sagte nichts über die quainten Geschichte von Priesten in Untergrund Temples. Er hat sogar noch nicht erwähnt. Er hat sich einfach geschrieben, Ich weiß, ich kann Sie, zufrieden. Kommt zu Brennenberg Castle. Sagt, Alexander. Was ich dafür machen? Was ich dafür machen? Was ich von mir? Was jemand hinter mir? Ich habe mich nach Brennenberg und verhaut, zu den Prussianen woods, neben den Baltischen See. While, being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me. A sound-defying description. A voice from the void. Die letzten paar Wochen waren schuldig, mit so vielen schlapplosen Nachts, die schrecklich ein Wiedersehen dieser schrecklichen Träume sind. Morgen werde ich meinen Physiker besitzen, Dr. Tate, in der Hoffnung, dass er mir mit Sedativen zu helfen kann, um mir zu schlafen zu können. Leichte Kopfschmerzen, okay, das ist ja eigentlich noch ganz in Ordnung dann, ne? Und hier ist alles gut. Der körperliche Zwischen... Och Gott, ich seh schon, hier müssen wir hier Zahnräder einsetzen. Das ist ein Hebel hier, definitiv. Das ist definitiv ein Hebel, okay. Haben wir hier noch ein Lämmchen? Ich mach hier erstmal Licht an. So. Und da... Was ist das? Eine Luke? Jetzt sag mal nicht, da muss noch was drin. Ne, warte mal, die lassen wir erstmal gleich auf. Dann seht ihr, die sind besser. Und hier ist noch ein Hebel, okay. Wir müssen wahrscheinlich... Warte, ist denn das hier? Wieso ist hier so ein Symbol drauf? Kriegen wir die nicht kaputt? Ne, kriegen wir nicht. Schade. Warum ist da so ein komisches Symbol drauf und bei den anderen Kisten nicht? Das macht mich grad ein bisschen stutzig, naja, aber... Okay, egal. Hier ist das vielleicht schon so ein Zahnrad? Ah, tatsächlich. Das können wir tatsächlich nehmen. Da muss das doch sein, oder nicht? Eins davon, okay. Vermutlich... Ah, okay, sind... Ah, okay, da passt das. Verschiedene Größen. Hier müssen wir... Hier brauchen wir noch ein ganz kleines. Und dann, äh... Weiß ich nicht. Für was ist das Zahnrad denn hier noch? Achso, das ist wahrscheinlich hier für, ne? Für diese... Maschinerie. Okay, das heißt, wir müssen noch zwei Zahnräder finden. Finden... Zwei Zahnräder. Okay, das sollte uns eigentlich gelingen, oder? Hier ist es wieder sehr, sehr dunkel gerade. Oh, Lampenöl! Mach voll! Okay, das Öl ist jetzt hier aber leer. Mach mal das an. Reicht das vielleicht schon, wenn wir das Dampsen anziehen? Wir müssen ihn näher kommen, irgendwie. Wer kommt denn hier? Alter, mach keinen Scheiß! Hier haben wir... Hier haben wir nur einen... einen Spaten... einen Spatenhammer... eine Pfeile oder einen Stechbeitel... Okay, aber... ein Zahnrad sehe ich... Oh! Aber ein Zahnrad direkt sehe ich jetzt hier nicht. Okay, dieser Raum hat so jetzt eigentlich dann nichts weiter, ne? Der hat uns jetzt hier zwar ein bisschen Lampenöl wieder gegeben, aber... Wie viel haben wir denn jetzt drinnen? Ach, voll sogar! Oh, ist ja super! Okay, da müssen wir uns auch jetzt auf... auf jeden Fall noch ein bisschen aufsparen. Wir wissen ja, hier vorne war ja noch eine Tür gewesen. Noch weniger guter Dinge wieder. Noch wenig guter Dinge. Wenn man immer so eine neue Session startet, dann geht's ja auch immer. Ach, hier liegt ja noch eins, ne? Ist das vielleicht schon das richtige? Vermutlich, ne? Das könnte passen, ne? Wir brauchen auf jeden Fall noch ein, was ein bisschen größer ist, ne? Das wird dann sein. Wie, das passt nicht. Warum nicht? Warum passt das denn? Wieso, passt das jetzt nicht? Na, komm schon. So, und dann... Ne, das ist tatsächlich zu groß. Ach, da! So muss das hin. Ne, das hatte jetzt gar keine... Wirkung hier. Komisch, ne? Okay. Hätte ich jetzt zwar nicht gedacht, dass das da hin muss, aber... Ich hab gedacht, da muss jetzt vielleicht ein ganz, ganz kleines hin, aber... So ein großes, ne? Okay, ist ja halt ein Spiel. Ist ja halt ein Spiel. Ist ja auch real. Okay, und das dritte und letzte Zahnrad vermutlich ganz stark, da das hier drin ist, aber... Wer weiß, was hier noch drin ist. Bitte kein... Monster? Wächter? Wie auch immer. Okay, die Lampe ist ein bisschen schwach. Haben wir die hier mal mit... noch mit an. Hallo? Und dann lesen wir erstmal die... dritte und letzte Notiz. 17th of July, 1839. Wie hat das mir gescheitiert? Sie sind alle mitten. Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if boiled. Ich fühle mich, dass ich mich fallen in. Was ist passiert? Sir William Smith, Professor Taylor, jetzt Dr. Tate? Ist es mir folgt? Wie kann es nicht sein? Es ist das verdammte Sache, ich aus Afrika gebracht. Irgendwas ist nach mir. Ich habe keine Wahl, als zu vertrauen, dem Baron. Er besser weiß, was er sagt. Wenn er falsch ist, ich glaube, er wird es auch schreckt. Ach, das ist sowieso für den Aufzug. Aha, alles klar. Okay. Ja, haben wir ja schon. Die Stäbe haben wir ja soweit. Ach, hier müssen die rein. Oder wie? Sieht ganz danach aus, ne? Okay, dann probieren wir das einfach mal. Nehmen wir doch mal den. Zack. Ich hoffe, kann ich den da jetzt raus machen und den hier vielleicht sogar rein machen? Oder geht das tatsächlich nur da? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich weiß jetzt gar nicht, was Watt ist. Hä? Was geht hier wieder ab, Alter? Machen wir das Licht an. Hier steht ja so... Strom. Strom. Ja. Ist ja super. Ich weiß ja jetzt gar nicht, welcher wo reinkommt. Vier Phasen. Vier Phasen. Okay, den roten. Vermutlich ganz stark hier. Nur jetzt wegen dieses Viereck. Wisst ihr? Vier Phasen. Okay, dann haben wir noch einen Kreis und ein Dreieck. Warte, was ist hier nochmal? Strömungskreislauf. Das vermute ich hier. Weil das ist ja... Wegen diesem... Halt nur so wenig Kreis. Kreislauf. Grund. Ach Mensch, ich muss doch jedes Mal wieder springen. Ah, und das scheint sogar richtig zu sein. Okay. Hoffe ich jetzt jedenfalls mal, dass das richtig ist. Und hier haben wir noch das... Dritte und letzte Zahnrad. Dann gehen wir mal bitte. Und wir wissen noch ganz genau, was jetzt gleich passiert, oder? Ich... hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass der jetzt gleich wieder hier auftaucht. Der Wächter. Also sprich die Monster. Wir wissen ja jetzt mittlerweile schon, dass das Meere sind. Okay, ran hier, komm. Okay, das ist dran. Jetzt hätten wir natürlich hier einen Schall da. Mach mal an. Die Maschine muss noch... Aha, aha, aha. Sie funktioniert... Okay, was müssen wir denn hier machen? Was ist denn das überhaupt? Was ist denn das? Ein Ofen? Ach, halt. Die Kiste weg. Nichts im Brenner, was man anzünden kann. Dann nehmen wir doch mal so eine kleine Kiste hier, oder? Ja, das scheint nicht... Das würde nicht passen. Verdammt. Ach so. Ach, natürlich. Bin ich bescheuert. Hier sind doch Kohlen. Wir müssen... Genau. Nehmen wir doch mal so ein Kühlchen hier einfach mal mit. So ein Kühlchen. Zack, ey. Ich hoffe, das reicht. Innen. Mehr Kohle. Wir brauchen mehr Kohle. Okay. Dann holen wir uns einfach... Oh, und die fliegen hier. Dann holen wir uns einfach mal... Wir legen jetzt hier einfach mal ein bisschen mehr rein. Was ist jetzt hier mit den Fliegen los? Die machen eigentlich auch Curry hier. Okay, wir packen das Ding einfach mal voll, würde ich sagen, oder? Was soll's? Was soll's? Immer rin hier. Ach, jetzt ist es voll. Okay, dann machen wir mal an. Huch. Dann machen wir mal einfach mal an hier. Okay, und jetzt vielleicht den Hebel. Mag das sein. noch mehr bearbeitet werden. Okay, dann... Würden für mich jetzt eigentlich nur noch diese Hebel da hinten in Frage kommen. Aber... Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie ich die stellen soll oder stellen muss. Da wurde uns ja... Da wurde uns ja gar nicht irgendwie erklärt und nischt, ne? Was die überhaupt für eine Funktion haben, frage ich mich. Ist hier noch irgendwo so eine... Da ist noch eine. Was steht denn hier überhaupt? Druck! Okay. Wir wissen jetzt aber gar nicht, wie der Druck muss. Was? Eieiei, das ist natürlich ein bisschen... Ein bisschen tricky, ne? Oder haben wir... Was ist das hier? Steht hier vielleicht irgendwas? Ne, hier zeigt er uns gar nichts an. Was ist das? Das ist auch nichts, ne? Nee. Irgendwo muss doch aber was stehen, das... Äh... Dafür, oder nicht? Warte mal, haben wir vielleicht irgendwas in den... Notizen? Die haben wir schon gelesen. Tagebücher. Achso, das sind die Dinger, die wir jetzt immer gefunden haben hier. Äh... Die Rückkehr. Ach, das sind alles diese Sachen, wo wir jetzt schon waren. Okay. Und hier? Nichts vorhanden. Das heißt, uns wird hier tatsächlich nicht erklärt, wie wir das jetzt hier zu machen haben. Okay, äh... Machen wir einfach mal... Eins. Eins, hier ist die... Ah, hier ist ja zweimal die zwei. Warte mal, dann hier die... Zwei. Drei. Haben wir irgendwo die vier? Ja, da oben. Scheiße. Ah... Nehmen wir einfach mal die... Da ist ja die sechs hier, ne? Okay, warte mal, ich mach jetzt... Ich nehm dann vielleicht doch mal lieber den hier. Den mach... Ne, den mach ich nach unten. Die drei ist auch oben. Vier. Ne, halt, dann hätte ich hier doch vielleicht so machen müssen. Zwei. Die drei. Ach ne, geht ja gar nicht. Eins ist unten. Ich versuch da jetzt schon gleich irgendwie so eine Art kleines System reinzubringen, aber irgendwie... Fünf. Und... Sechs. Passiert gar nichts. Ja, das kann man jetzt hier natürlich... Die Eins ist unten. Was ist denn wenn ich das hier nehme als Eins? Ne, kann ich nicht. Weil die fünf unten ist. Doch, nochmal... Eins... Huch. Mensch. Zwei. Die drei ist... Oben. Da ist sowieso nochmal die Eins, die haben wir schon. Achso, den gibt's ja gar nicht. Ha, 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 ha. Okay, dann... Drei. Die vier haben wir. Vier. Ah, hau doch wieder nicht hin. Der muss... Definitiv nach unten. Ah, jetzt hab ich auch zweimal die drei an. Bin ich doof. Dann muss er nicht nach oben. Äh, nach unten. Eins kann so bleiben. Hier ist nämlich auch nochmal die fünf und hier ist die sechs, aber... Irgendwie... geht's nicht. Ach du großer Gott, du großer Gott. Okay, Leute, wisst ihr, was ich lobe? Da muss ich, äh, tatsächlich... Mal... Eventuell ein bisschen selber offscreen nochmal rumprobieren. Und wenn ich hier tatsächlich gar nicht hinbekommen sollte... Dann, äh... Ja, weiß ich nicht. Muss ich wohl nachgucken. Weil das finde ich jetzt gerade ein bisschen... Ein bisschen sehr krass. Aber, ja... Dahin würde ich erstmal sagen... Wir verbleiben so. Ich werde jetzt einfach nochmal, wie gesagt, ein bisschen rumprobieren. Selber erstmal. Und, äh, ja... Dann würde ich sagen, sie muss im nächsten Part wieder, Leute. Wenn ihr denn... Möchtet. Ich würde mich natürlich riesig darüber freuen. Da wisst ihr. Und, äh, ja... Sage bis dahin erstmal... Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.